Hi, da ist wieder mal euer Kiki und wir haben heute bei Helge Kiefberger Fotografie und planen ein Shooting für die Unerösterreicherinnen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Also, unser Shooting-Tag geht jetzt langsam zu Ende, war ein anstrengender Tag, aber war mega lustig. Wir haben ein super Team gehabt und war voll geil.